Hallo und herzlich willkommen bei Traumreisen, Ihrem Reisebüro Ihrer Träume. Was kann ich für Sie tun? Ich bin hier übrigens ein bisschen moderner mit iPad. Sie wollen verreisen? Bestimmt ins Kalte, oder? Komisch, da will immer keiner hin. Vielleicht aber auch lieber nach Amerika in den USA. Auch nicht. Aber Sie schauen so aus, als würden Sie es mögen auf einer Sprache angesprochen werden, die Sie nicht können. Da hätten wir jetzt nämlich gerade Mexikon-Angebot. Das ist auch, ja, Angebot bedeutet immer mal nach 30 Euro günstiger. Genau, 30 Euro insgesamt, nicht bunderhaft. Kein Interesse. Macht nix. Vielleicht auch lieber Wintersport. Da hätten wir auch Japan im Angebot. Ja, Japan ist bekannt für seine zahlreichen Skigebiete, genauso wie Ägypten. Aber ja, es sieht schon aus, als würden Sie lieber ins Warme wollen. Wie wäre es mit Berlin? Ja klar, durch die Klimaerwärmung wird es auch in Berlin immer wärmer. Oder lieber im Süden nach Dänemark. Ja, wissen Sie, wir sind halt ungefähr hier, aber, und Dänemark ist halt hier, aber wenn Sie hier in den USA sind, dann ist ja Dänemark wieder hier unten und damit im Süden, ja. Es ist halt einfach alles eine Frage der Perspektive, ja. Ja, das hat meine Mama auch schon immer gesagt, man muss auch mal andere Perspektiven mal nehmen. Nee. Mitteleerde von Herr der Ringe. Achso, ich meine Mitte der Erde. Ja. Ja, das ist ja dann wieder Deutschland. Also von hier aus der Süden. Ja. Ja. Ach, jetzt weiß ich, was Sie meinen. Jetzt ist das Land, was wie ein Flopflop weiß, ne? Genau, Italien. Ja. Ach, wieso haben Sie das denn nicht gleich gesagt? Da wollen Sie bestimmt dann diese eine Stadt, ne? Nee, nein, die heißt nicht genau, sondern Genu. Genu, genau. Ähm, verwechselt man leicht, aber ich habe das ja auch studiert, kein Ding. Also dann Genu. Genau. Nee, Rom. CD-Rom. Nee, Rom. Kenn ich nicht. Aber kann man mal machen. Also Rom. CD-Rom hab ich zu Hause. Dann muss ich aber mal kurz suchen. Okay, ja, gut. Ähm, ja, dann soll es wohl so sein. Ähm, okay. So, dann mache ich ja nach dem Beispiel Rom. Wie lange denn? Zwei Wochen. Haben Sie nicht länger Urlaub? Okay. Nee. Okay, was wollen Sie in der Zeit auf jeden Fall machen? Colosseum. Klingt wie eine Parfümmarke. Oder so ein Parfüm-Art. Ah, nee, das alte Zeug ist da. Ja, ja. Ja, ich merke, Sie sind wohl geschichtsbehren, oder? Hm, nee, Sie waren trotzdem ein altes Museum. Warum? Wahrzeichen. Ja. Nein, da liegen Sie aber ganz falsch. Das Wahrzeichen sind doch die Nudeln in Italien. Wir kennen alle italienische Pasta, aber nicht schlimm. Ich hab das ja auch studiert, da kenn ich mich ein bisschen aus. Ja, wenn Sie mir, wenn Sie mal noch umsonne kaufen, dann kaufen Sie mir bitte auch ein paar Nudeln. Ich, ähm, liebe dort Nudeln. Und, ich hab gehört, wenn Sie da sind, sollten Sie unbedingt mal eine Pizza probieren. Die soll dort schmecken, wie bei Metalliener. Ja. Jetzt schrei ich Ihnen auch hier als Tipp mit auf. Pizza plus Pasta. Da. Okay. Ja gut, aber das, äh, Kolossem wird ja, äh, ich weiß ja nicht, wie groß das ist, aber das, ähm, ne, wird ja nicht länger als zwei Tage dauern oder so. Ähm, dann bleiben von den 14 Tagen mindestens noch acht übrig. Also, was wollen Sie denn dann lachen? Schwimmen, oder? Ja, ja, da muss ich Sie aber leider enttäuschen, weil Rom liegt gar nicht am Meer. Nee. Ähm, Schwimmenwäder. Naja, weiß ich jetzt nicht wirklich, ob es die gibt, ja. Lassen Sie das Thema mal außen vor, aber wenn Sie Sport machen wollen, ja, gehen Sie doch joggen. Ich glaube, in Rom gibt es auch bei Straßen oder so. Schreib immer joggen auf, ja. Ich war ja noch nie dort. Ähm, mal kurz was Wissenwertes über Rom. Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, ja. Hat ja nur 40.000 Einwohner, das geht auch noch ein paar Stunden. Ja. Dank neuster Technologie, ja. Ja, ihr Reisbüro kann Ihnen natürlich nicht nur bei Reisen helfen, sondern auch ein bisschen Allgemeinwissen noch beibringen. Das machen wir doch gern für Sie. Ähm, ach so ein ganz wichtiger Tipp in Rom, da gibt es immer Treppen, genau. Ja, da soll man sich nirgendwo auf Stufen setzen. Jeder macht immer die Daumen hin, nicht, dass man sich dann da, ne, der Zeug reinsetzt, ja. Ähm, aber füttern Sie unbedingt die Daumen. Das finden die dort richtig, richtig gut. Wenn Sie im Café sitzen oder so. Am besten schrei ich Ihnen auch direkt mit auf. Brot mitnehmen, ja. Im Koffer ganz, ganz viel Brot, ja. Da kommen wir auch schon zur nächsten wichtigen Frage. Wie wollen Sie nach Rom kommen? Sie führen ja bekanntlich alle Wege nach Rom. Ja. Ähm, deswegen kann man natürlich auch laufen. Können wir im Fahrrad fahren. Hatten Sie, also ich kenne natürlich auch Leute, die machen da Backpacking-Touren. Ähm, durch Ägypten und so. Ja, geht bestimmt auch, ja. Es fährt nur um, praktisch, wenn Sie jetzt von hier aus nach Ägypten und dann nach Rom. Das würde ich Ihnen halt jetzt nicht empfehlen, aber, ja. Fliegen. Sie wissen aber, dass Flugzeuge auch abstürzen können, oder? Das sind ja keine, wissen Sie, das ist ja nicht wie mit so Puppen, die in der Luft hängen. So ein Flugzeug, das ist ja so ein freies Ding, was da so rumschwebt. Das ist wie so ein Vogel, ne? Der klatscht ja auch mal gegen um eine Scheibe. Aber das ist Ihre Entscheidung. Ja. Gut. Nächster Punkt. Dann haben wir das ja abgeklärt. Ähm, Hotel. Wie sieht's mit einer Unterkunft aus? Ja, wo wollen Sie nicht liegen? Meine Tante Irma wohnt in Paris. Können Sie dort schlafen? Paris ist eben zu weit weg. Ja, dann wird's kritisch, aber ich muss auch sagen, die Couch von der Irma ist jetzt auch nicht so bequem. Das alte Sofa da, ne? Hotel lieber, okay. Hotel, ähm, ist aber natürlich teurer als bei Irma auf dem Sofa, ne? Das müssen Sie mit, ähm, berechnen. Na gut, aber, ähm, in Home gibt's bestimmt ein, zwei Hotels. Da gucken wir dann, ist Ihnen da irgendwas wichtig? Wollen Sie dieses Will an? Ähm, ja, muss ich Sie aber enttäuschen, das geht eigentlich bestimmt, ähm, dass wenn Sie da arbeiten wollen, geht das wahrscheinlich, aber wenn Sie da einen Gaming-Computer mitnehmen, ist das Fehler wahrscheinlich nicht schnell genug. Aber für alles andere haben die in jedem Hotel nur super fast Fehlern, ja. Nur für Gaming muss ich Sie da leider enttäuschen. Hatten Sie nicht vor dem Urlaub? Na dann ist ja auch gut, ja. Okay, sonst noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist? Werten, Freundlichkeit und Sauberkeit bei Hotels. Beides, okay. Ganz schön anspruchsvoll. Ja, ähm, wollen Sie den Checkout, der normale Checkout ist immer so gegen elf, oder wollen Sie den Early? Late Checkout gegen acht Uhr. Late Checkout, was ist das denn? Kenn ich tatsächlich nicht. Nehmen wir den normalen Checkout. Ja, wichtig ist natürlich auch, pünktlich zum Frühstück zu sein. Das ist immer zwischen sechs Uhr und sechs Uhr eins. Genau, eine Minute, das reicht aber auch. Ganz früh. Ähm, es gibt auch noch das Early-Frühstück. Ähm, von fünf Uhr bis fünf Uhr. Genau. Ähm, wenn Sie da im Hotel sind, probieren Sie unbedingt diesen Mini-Joghurts, wenn man sich fragt, wo kann man so kleine Joghurts kaufen? Und trinken Sie unbedingt diesen extrem günstig schmeckenden Orangensaft, wenn man sich mal fragt, warum schmeckt der so komisch? Und sich mal denkt, äh, unbedingt mal probieren, wenn man da ist. Und denken Sie auch dran, Waffeln oder Toast im Waffeleisen oder Toaster zu verbrennen. Sehr gut. Bon Appetit, wie man auf Griechisch sagt, man schüttet auf jeden Fall. Okay. Ja. Machen Sie sich nicht so einen Kopf. Ja. Ähm. Allerdings, ne? Also so ein gutes Hotel. Geht, ähm, in den Geldbeutel. Ja, reden wir über den Preis. Was stellen Sie sich denn so vor? 3.000 Euro, ich schreibe es mir mal auf. Ähm, und dann streiche ich das nur, weil es ist unrealistisch, okay? Ähm, ich schreibe mir mal eine andere Zahl auf. Ja, 8.000 Euro ist realistischer für zwei Wochen. Oder, ähm, ja, 8.000 Euro oder du lässt mir jetzt ein Follower. So, ja, das, ähm, würde die Reise auch bezahlen. Und wenn ihr jetzt Lust habt auf ein bisschen leeren Roleplay, dann guckt doch gerne mal hier vorbei. Oder wenn ihr lieber persönliche Fragen beantwortet, schaut hier vorbei. Dann schaut euch gut. Bis zum nächsten Mal. Bucht eure Reise nicht bei einem schlechten Reiseunternehmen. Bucht. 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 Bucht.